Meine Herren, wer von Ihnen kann mir erklären, warum sind Pauker eigentlich original? Weiß Gott das Schönste vom Leben, und das kann man noch nie wieder nachholen. In diesem Sinne verneige ich mich vor Ihrem traurigen Schickfaden. Züge ein im tiefen Wald weit bezogen. Sie sind ja neue Schöner. Johannes Pfeiffer. Mit einem oder mit zwei F? Mit drei, Herr Professor. Ja, eins vor dem Ei und zwei hinter dem Ei. Sie sind etwas albern. Was denkt ihr heute mit Ihnen an? Ja, ich habe ja nicht gedacht. Sie haben nichts zu decken. Ganz recht, ich werde versuchen, es mir abzugewöhnen. Sie decken ja schon wieder. Ach, kommen Sie an mein Herz, mein Junge. Dazu hin erinnern Sie mich noch so an meinen eigenen... Oh, ich schüttelte Blöden. Komm, Bier, schnapp's auf ein, und gehören unsere Leber schreien. So, ausschütteln. Sie schlägt die Augen auf, sie lebt. Wo bin ich? Wo bin ich? Guten Morgen, Fräulein Referendarin. Das beeindruckt die Salome so sehr, so sehr, dass sie ihn, dass sie ihn gleich, also körperlich gleich berühren möchte. Halt, schnutsch. Märchen aus uralten Zeiten. Diese sinnliche Endleistung an meiner Anstalt erleben zu müssen. Wir sind nur mit dem Weg nicht fertig geworden. Na ja, bitte. Möchte ich Sie von diesem Heidelbergwein jeweils einen wänzigen Schluck kosten lassen. Das war doch nur ein wänziger Schluck. Herr Alkohol! Herr Alkohol! Applaus secretär plaintius. altura ballistic. Hilft. Kofferner dir sechs armor. Geschichte Auch da ist sieこちら planetara what ist. Erung.